UNTERTITELUNG Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben.